SlimeRanger 1.0.0, glaube ich, auf 1.1.2 geupdatet. Ich weiß nicht, ob es vieles Veränderungen gebracht hat, aber beim einmal reinschauen habe ich schon eine Sache festgestellt, und zwar, wir können auf jeden Fall weiterspielen. Ähm, ja, schauen wir mal hier. Denn das hier wurde ein wenig verhübschert. Es sieht moderner aus. Was ist das denn? Ah, der Plotmarkt. SummePlots werden bezahlt. Blablabla. Toll, danke sehr. Ja, warum muss ich mir das angucken? Das weiß ich immer noch nicht, was das ist. Vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Und, ja, unsere SlimeRange ist dann so wie immer. Wir haben jede Menge Hühner, wir haben jede Menge Möhren und Karotten, die hier rumgammeln, angepflanzt. Okay, super. Und wir haben Geld. Wo kommt das denn her? Genau, von unseren Futterspenderfreunden hier, die auch herz... Ja, fröhlich, was ist das denn? Ist das schon voll? Hä, Moment. Ach so, das ist dieselbe Farbe. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Vodterspender. Und ich habe einen Freund wieder gefunden, der witzigerweise irgendwo rumgegabbelt hat. Und deswegen... Also, der hing da oben auf dem Berg. Deswegen habe ich ihn dann wieder gefunden, witzigerweise. Der ist ganz fröhlich, der ist glücklich, aber er braucht was zu fressen. Und zwar wenig zu fressen. Also, ganz wenig. Ich sauge mal kurz hier, ich sauge mal kurz da, ein wenig Staubsaug her und... Danach brechen wir auch endlich auf in neue Gebiete. Sind alle hier glücklich? Seid ihr glücklich? Ja, ihr seid glücklich, richtig? Ja, die sind mega glücklich. Alles klar. Ähm. Ähm. Äh. 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 Mal ganz kurz, was haben wir denn hier Schönes? Also, wir wissen, die sind gestiegen. Wir wissen, dass wir davon keine mehr haben. Oh doch, haben wir wohl. Äh, fast voll. Uäh. Äh. Was? Lademarketpreise? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Okay, gleich geblieben. Also, die sind gestiegen. Kohle, Kohle, wir kriegen Kohle. Und das da rein. Zack. Und das da rein. Und das da rein. Sehr schön. Gib mir all das komische Zeugs hier. Und weg hier. So. Mit der Kohle können wir auf jeden Fall schon einiges anfangen. Und wir haben mitten in der Nacht. Was mache ich jetzt? Rausstarten, würde ich sagen. So. Aber bevor wir das machen, einmal kurz. Das habe ich schon gesehen. Wir können auf 50 Einheiten hoch. Wir können noch mehr Einheiten in der Stiebe sammeln. Herzmodul, Schockwellen und Düsenantrieb Plus. Ja, das ist auch ganz cool. So. Jetzt haben wir viel, viel Geld ausgegeben. Hoffentlich für gute Sachen. Da wären wir. Drücke E zum Aktivieren. Rancherweiterung. Die Grotte. Eine dunkle und unheimliche Höhle über der See. Und ein passendes erstes Kapitel für deine persönliche Geschichte. Scheiß drauf. Kaufen. Gebeam. So, hallo. Was ist hier? Hallo, hallo. Uh. Ich muss mir alles angucken. Ein paar Pilser. Was? Was? Ich dachte, wir können hier neue Monster finden. Was ist das denn? Uh. Was ist das denn? Uh. Das ist aber nicht sehr vertrauensweckend. Wir können hier neue Monster drin farmen. Uh. Äh. Entschuldigung. Neue Monster hier drin. Einfangen? Was ist das denn? Hallo? Was ist das? Es macht mir Angst. Äh. 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 Was ist das denn? Ja, und wie kriege ich das auf? Hallo? Seid ihr verrückt? Was soll ich denn jetzt damit? Ich brauche neue Monster. Na gut. Sehr schön. Na toll. Also, ich finde das gut. Wenn wir neue Monster finden würden. Ja. Okay. Also, keine neuen Monster. Eine Höhle mit noch mehr Monster zu... Oh, verdammt. Ich habe mich jetzt so auf neue Abenteuer gefreut. Was war das? Das war das Labor, oder? Ist mit dem Upgrade dazugekommen. Definitiv. Das Labor kostet 10.000. Und ich habe all mein Geld gerade eben verschwendet. Da wollen wir nicht runter. Wir wollen... Wir wollen hier in diese Richtung gehen. Und... Vielleicht noch ein paar von diesen Katzenfischern hier machen. Tja, was soll ich sagen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir gerade tun sollen. Was ist das hier? Können wir jetzt hier... Ich dachte, jetzt können wir uns damit irgendwie durch die Gegend wappen. Ja, liebe Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm... Tja, Mist. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Mache ich denn jetzt? Äh, hoch da. Können wir nicht. Was? Warum nicht? Naja, okay. Gehen wir mal einfach hier weiter. Vielleicht müssen wir auch irgendwie, damit wir die freischalten, hier diese Monster füttern. Mit allem möglichen Scheiß. Tja, dann saugen wir mal. Pflup. Was liegt hier rum? Tja, vielleicht doch nochmal in die Höhle gucken. Hallo, hallo, hallo. Lasst mich in Ruhe. Ciao. So, wartet mal. Gibt mir eine Sekunde. Vielleicht kriegen wir es ja hier irgendwie hin hoch. Energie muss erstmal voll werden. Ja, war ja klar. Okay. Da geht definitiv nix. Die sehen gemein böse aus. Oh nein, er hat mich gefunden. Ähm. Ja, da bin ich jetzt an der Stelle, wo ich keine Ahnung habe, wie wir irgendwas Neues finden können. Flatsch. Okay. Ah, ich sehe, komm. Wir haben wieder... Wir haben wieder... Wir haben wieder Grillschleimis da. Und zack, weg hier. Ciao. Oh, oh. Oh, hi. Ich habe das Gefühl, die Monster sind jetzt nicht mehr ganz so gefräßig seit diesem Patch hier. Naja, okay. Ich habe mich vertan. Oh, da. Doch, sie fressen die Hühner einfach nicht auf. Weg hier. Ja, jetzt fressen sie sie auf. Weg da, das ist meins. Ach, shit. Na gut. Haben wir noch irgendwo Hühner? Haben sie irgendwas verschont gelassen? Oh. Gucken wir uns mal weiter um. Denn, äh, wie gesagt, Patche sind vorbei. Was war hier unten noch gleich? Ach, ja. Der Witzige, der gerne, äh... Frisch da haben möchte. Die jetzt alle leer sind. Kapsel verschlossen. Noch keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen einfach weiterspielen. So, und deswegen gucken wir jetzt mal hier. Was ist hier los? Äh, shit. Wow! Wo bin ich denn hier gelandet? Moment. Da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Aha. Ah! Ups! Lebt wohl! Na, es kommt leider hier für alles schon zu spät. Wambel, wambel! Weg mit dir! Tja. Das Feld ist ausgerottet. Da ist nicht mehr viel zu machen. Aber das ist ja nice. Das wusste ich gar nicht, dass hier was ist. Dann schauen wir uns mal um. Ja, natürlich. Eine weitere Tür. Äh, hallo? Ich möchte doch nur ein paar Hühner mitnehmen. Bitte, Hühner. Kü-Kü-Kü-Kü-Küken. Oh, shit. Und weg hier. Nein, Huhn, tu's nicht! Wow! Okay. So, und auch da brauchen wir einen Schlüssel. Slime-Schlüssel. Das sieht nicht sehr freundlich aus. Ach ja. Oh, Upsala. Oh, Schatzkopf. Verschlossen. Boah, jetzt reicht's aber. Ich bekämpfe euch. Oh, nein! Oh. Oh. Kommen die wieder raus, wenn man die tötet? Äh, abgesehen davon. Ich kann ja Wasser voll machen. Ja. Oh, das haben sie, glaube ich, gepatcht, dass das nicht so ewig dauert. Aber ich habe gerade leider einen Huhn verschwendet. Denn das wollte ich eigentlich hier reinwerfen. Ach. Warum? Tja, und ich denke, auch da oben drauf werden wir jetzt nichts Besonderes finden. So. Oh. Geht hier irgendwas? Hm. Da hinten hat sich immer noch nichts abgeändert. Und auch darüber können wir nicht drüber fliegen. Da unten sieht's so aus, als wären hier böse Monster gewesen. Oder auch nicht. Oh, sehr schön. Ach ja. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Das hat doch keiner gesehen, oder? Ah. Frässig wie immer. Sag mal, könnt ihr euch hier nicht beherrschen? Die ganze Zeit hier... Nur böse Viecher. Auch hier... ...nix drauf. Dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht da drüben irgendwas tolles finden. Hallo, hallo. Gehen Sie bitte weg. Oh shit. Was wollt ihr denn hier? Weg. Okay, jetzt reicht's. So. Besiegt. Ihr wollt's wissen, oder? Okay. Ah, okay. Da unten war, ne? Das Vieh mit den... Was ist das eigentlich? Tja, liebe Leute. Ich seh da vielleicht eine Möglichkeit, was wir tun können. Tja, ich bin mir echt nicht sicher. Was ist das denn? Was? Wir haben ne Karte? What? Ähm. Alles klar, Moment. Ich muss die Lage mal checken. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Wir sind hier. Na, 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 na. Hier geht's doch da durch. Dann kommen wir da an. Hier kommen wir... Hier, okay. Hier können wir noch nicht durch. Hier ist die Türe. Wissen wir Bescheid, ne? So, wir können aber hier hochgehen. Und dann ist hier das neue Gebiet, was wir noch nicht freischalten können. Weil auch Dings... Dann hier ein Gebiet. Tja, Aufenthaltsort. Das Trockene Riff. Drei Schlüssel. Null. Tja, äh... Und das ist... Ich hab keine Ahnung. Kartendaten erlangt. Entdecke Kartendaten, Punkte auf der weiten Welt, blablabla, aufentdecken, blablabla. Ihr wisst Bescheid. Ist hier noch irgendwas gewesen? Nein, da war nun der normale Abgang, stimmt. Ich erinnere mich. Tja, meine Idee war jetzt gewesen, wir gucken mal, ob wir von hier oben irgendwo hinkommen. Was ist denn da? Was ist denn da? Und da ist ein Apfel dran oder so? Tja, schade. Ob wir in irgendeine Richtung abdüsen können? Da ist Wasser. Nö, da könnten wir... Wir könnten es natürlich versuchen, von dort auf dem Stein zu landen. Das ist aber nicht richtig. Oh, shit. Ja doch, man kann schon einige Strecken, einige weite Strecken damit hin... Äh... Schaffen? Aber was ist das? Noch eine Schatzkapsel? Nein! 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 Falsch, 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 falsch. Mit Wasser? Kriegen wir die mit Wasser auf? Schade. Das wäre so schön... So schön sein können. Platsch. Tja. Das ist super schön. Kurz anhalten. Das Ding ist, der ist eigentlich, glaube ich, am leichtesten satt zu bekommen, weil... Der frisst alles. Ne? Im Grunde frisst der alles. Ah. Tja, und Küken will er nicht. Der zittert schon. Ist das ein gutes Zeichen? Schaffen wir es ihnen voll zu... Vielleicht kriegen wir die Schlüssel von denen. Deswegen, ich muss mal gucken. Wir haben keine andere Wahl, als es rauszufinden. Verdammt. Na toll. Da unten geht eine dicke Party ab. Oh, noch eine Kapseli verschlossen ist. Danke sehr. Verdammt. Wirklich Vorteile hier oben haben wir nicht, ne? Na toll. Alles klaro. Hier kriegen wir jetzt definitiv nichts mehr zu fressen her. Müssen wir halt nochmal hier gucken. Ein Küken. Eine Möhre. Tja, die fressen uns echt noch die Haare vom Kopf hier. Na, Hauptsache jede Menge kleine pinke Plots. Hey, aus der Sicht. Und eine Karotte, die wir füttern können. Das ist nicht wirklich viel. Verdammt. Warum fress ihr hier alles weg? Lass das. Wartet, ich muss da irgendwie versuchen, hochzukommen. So, und den Miezeslime wegwerfen. Verdammt. Es hängt da gerade so schön fest. Okay, 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 okay. Einmal kurz Energie. Bleibt mal neu. Nein, tut es nicht. Warum? Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Was? Sind da wieder neu rausgekommen? Oh, ach so. Ach komm, schon echt jetzt? Ist das nicht ein schöner Bogen, wie die da hinweg hüpfen? Was macht ihr hier? So, mal gucken. Was war hier nochmal? Äh. Äh. Okay, nix interessantes. Wip. Na toll, hier ist auch nix wirklich. Und heppa. Kleine Küken. Oh mein Gott. Gib her. Nehmen wir mit. Das Küken alles auch. Ah nein, das ist nur ein normales Küken. Okay. Naja, okay. Wir haben sechs Karotten und Hühner. Hühner, Hühner, Hühner. Vielleicht können wir mit denen was anfangen. Ah. Ach nein. Jaja, ist okay. Erstmal. Ah. Oh. Troublebauchplatzer. Okay. Die geben echt die Schlüssel. Äh. Äh. Bitte einmal. Ich muss die mal kurz entsorgen, weil sonst fressen die meine Kisten auf. Nein, Kiste. Bist du ein Wahnsinn, Nick? So. Oh. Ganz toll. Also wir wissen Bescheid, dass wir definitiv die Dinger zum Platzen bringen müssen. Und wir wissen ja noch, wo noch eins ist. Oder noch zwei. Das bedeutet in dem Fall jetzt erst einmal fröhlich Hühnchen sammeln und gib ihm. Füttern, füttern, füttern. Alles klar. Wir haben hier jede Menge Küken. Ich glaube, ich muss einfach mal bei Zeiten versuchen, meine Tierstähne einfach, keine Ahnung, die kompletten Hühner zu ersetzen. Was ist hier los? Toll. Naja, okay. Mal gucken. Vielleicht reicht es ja schon. Hallo. Ein Huhn. Neun Hühner. Komm, bitte. Platz. Ja. 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 Eigentlich sind sie schon süß, ne? Muss man ja sagen. Äh. Oh nein. Ist es schon wieder soweit? Ja. 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 So, okay. Also, wir können. Was ist das? Wow. Wo bin ich? Was ist das hier? Die Docks tief, tief unter dem großen blauen See sahen tausend Slimes mich anlächeln. Fünftausend. Wartet mal kurz. Wo bin ich hier gelandet? Das ist irgendein anderes Gebiet, das wir noch nicht haben. Okay. Äh. Ja. Äh. Selbstmord? Oh shit. Ciao. Haben wir einen Schlüssel bekommen? Ne, nur einen. Das heißt, wir müssen auf jeden... Hat, da gab es da wirklich keinen Schlüssel? Habe ich den übersehen? Hm. Oh oh. Platsch. Oh, ich fange es. Platsch. Okay. Also, mit Wasser können wir sie auf jeden Fall aufhalten. Nur, wer macht sich denn die Mühe, die hier alle wegzuballern? Sie hält keinen großen Ansporn da drin. Aber egal, wir gehen zurück. Wir haben einen Schlüssel. Hallo. Oh, süß. Boah, was geht denn da ab? Der Baum ist ja voll mega. Hier, friss. Ah. 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 Ich glaube, das sollte gut sein, um das letzte, äh, glaube ich, erstmal letzte, soweit, Ding auch zu füttern. Dass sich dann noch überfreut, dass wir es gefüttert haben. So. Ähm. Das war doch... Weg da. Weg da, weg da. Weg da. Weg da, weg da. Das war doch hier runter. Woooo. Okay. Tada. Ah. 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 Nein. Was? Wie viel will das Ding denn fressen? Ach, toll. Also noch einmal. Und dann müssten wir uns ja auf der Karte, kann man... Uah, die kann man wirklich aufmachen auf M. Umschauen können. Äh, wo wir als nächstes hingehen. Wo sind wir aktuell? Hier. Alles klar. Tja. Welches wären die besten Gebiete? Vielleicht erstmal ein neues Stück Insel da erforschen? Hallo, Freund. Au. Ähm, Freund? Da. Tschö. Gönn'schön. Tja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, woher wir noch mehr Obst bekommen. Äh, da haben die sich gerade stark dran bedient. Aber nicht an die Karotten. Ich meine, wir haben sowieso genug Karotten. Ich glaube, ich muss jetzt bald mal wirklich Obst anpflanzen. Oh, Karotten. Wobei, all unsere Tiere fressen Gemüse. Finde ich sehr lobenswert. Oh, da. Baum. Tada. Ey, lass das, lass das, lass das. Das ist meine Karotten-Zeugs. Naja, okay. So, wir gehen mal zu Hause. Äh, zu Hause. Wir gehen nach, äh, blup. Wir gehen nach Hause. Und schauen mal in der nächsten Folge, was wir machen. Das ist jetzt Ende. Bis dahin. Tschau, Leute. Oh, da. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschau, Leute.